GMP1 TV Elias Stefanescu für GMP1 TV. Wir sind gerade im wunderschönen Österreich und an meiner Seite ein Mann, der sich hier nicht nur zu Hause fühlt, sondern auch ordentlich bekannt ist als Cutman Rolandus. Roland Eicher, ich grüße dich. Wir freuen uns mal wieder hier zu sein für Inferno 2 diesmal und haben die Möglichkeit natürlich ergriffen, mit dir zu sprechen. Wie gerade schon erwähnt, du bist ja einer der bekanntesten Cutmans hier in Österreich. Und ja, vielleicht für diejenigen, die dich noch gar nicht so kennen, würde mich interessieren, wie hast du überhaupt diese Liebe zum Cutman-Werden sozusagen gefunden? Wie hat das Ganze begonnen? Also da ich ja selber mein Leben lang schon Kampfsport gemacht habe, also habe ursprünglich als Kind Judo, dann bin ich zum Dekwondo gekommen und habe damals schon die Vorliebe gehabt, eben Taiboxen zu erlernen. Aber es hat damals noch nichts gegeben und bin dann zum Taiboxen gekommen und da habe ich schon ein bisschen mitgeholfen. Aber Cutman natürlich war ich damals noch nicht, wusste auch nicht genau die Bedeutung dafür. Ich habe halt einfach in der Ringecke ein bisschen geholfen. Und dann habe ich eben durch einen Veranstalter aus Salzburg erfahren, dass ein Kurs stattfindet von Michael Cutman-Liberty Schmidt, sehr bekannt in Deutschland. Und habe diesen Kurs auch besucht und dann habe ich Blut geleckt. Und der Veranstalter Salzburg hat damals schon gewusst, wenn er mich da reinbringt in den Kurs, dann werde ich mich jetzt sehr mit der Materie auseinandersetzen und das richtig machen. Ja, richtig machen. Seitdem läuft es ja, denke ich mal, ziemlich gut. Auf fast jedem Event hier in Deutschland, Österreich sieht man dich jedenfalls sehr, sehr oft. Wie hast du es erlebt über die Jahre? Wie ist das Cutman-Business? Also ist es professioneller geworden oder gibt es immer noch ein paar schwarze Schafe? Die schwarzen Schafe wird es immer geben. Die Bedeutung eines Cutmans ist natürlich um einiges größer geworden. Gott sei Dank, die Veranstalter entwickeln immer mehr das Bewusstsein, dass ein Cutman sehr wichtig ist, um auch die Qualität einer Veranstaltung zu heben und auch den Sport einfach sauberer zu machen. Also wenn jetzt vielleicht vergleichen würde es verschiedene Kampfsportarten, nehmen wir jetzt Boxen, nehmen wir Thai, Kickboxen, MMA, würdest du sagen, der gleiche Cutman könnte theoretisch alles machen? Oder muss man spezifisch schauen, dass man sich die Richtigen aussucht, damit mit den Kämpfern alles gut geht am Ende? Also es gibt natürlich sicher auch Cutman, die von Boxen kommen, die auch vielleicht gar nicht die Liebe haben, einen MMA-Kampf zu betreuen oder einen Multikampf zu betreuen. Aber ich sage einmal, in dieser Zeit oder bei mir, wie es so ist, ich interessiere mich für alle Dinge, ob Boxen, Multit oder Grappling oder auf Veranstaltungen, wo etwas passieren kann, bin ich einfach gern. Und die schauen mir gern alles an. Und natürlich kommen wir aus den Thai-Boxen. Die Vorlebih ist immer noch fürs Thai-Boxen da. Und für mich ist es der Harder Sport on Earth. Aber MMA natürlich sehr toll. Der meist wachsende Sport der Welt zurzeit. Begeistert nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Und ja, kurzer Sinn. Ich bin bei jedem Event dabei. Egal ob Boxen, Multit oder Grappling oder MMA, ist es egal. Das ist alles sehr interessant. Und jeder Sportler hat es verdient, dass man ihn einfach optimal und sauber betreut. Ja, zum Thema sauber betreuen. Du bildest auch aus. Wie wichtig ist das, dass man eben eine professionelle Ausbildung bekommt als Cutman? Denn man sieht ja auf vielen Veranstaltungen, da wird zum Teil mal ausgeholfen und man ist sich nicht so sicher. Also wir beobachten das manchmal von außen. Ist das jetzt wirklich ein Cutman oder ist das nur jemand, der gerade aushilft? Das kann natürlich oftmals gefährlich enden. Ich sage ja nicht nur gerade aushilft, sondern die Leute trauen sich oft mehr zu, als sie selber sich eingestehen. Das Problem ist, dass ungebildete oder nicht gut ausgebildete Leute, wenn die in der Ecke stehen, dass natürlich auch das ein Nachteil für den Kämpfer ist. Wenn er dort steht und lauter Fragezeichen im Gesicht hat oder dann irgendwas macht, dann ist es ja auch nicht unbedingt förderlich für den Kämpfer und für den Event. Im eigenen Interesse sollte man sich fort- und weiterbilden. Bei mir ist es einfach aus Leidenschaft. Mir braucht es keiner sagen, wo ich hinfahren muss, wo ich mich weiterbilden soll. Sondern das soll einfach jeder das Bewusstsein selber haben, weil es geht ja schließlich und endlich um die optimale Betreuung des Kämpfers. Wie kommt man da nicht ran? Wie bekommt man die Infos, wenn man jetzt sagt, hilf mir aus? Auf Facebook auf alle Fälle. Mich anschreiben, steht sogar die Telefonnummer drauf. Also ich habe auch Regenkontakt ständig mit Leuten, die das interessiert, die Blut gelegt haben, die das eben beobachtet haben von Facebook oder vom Fernsehen oder von eurem GMP One-Bericht. Ah, das könnte ja was für mich sein. Da muss man halt dann wirklich schauen, wie weit das dann wirklich durchzieht. Und es gibt natürlich auch sehr viele Dinge, die man sich selber erlernen muss und kostet auch ein bisschen Geld. Also Business, als Business kann es leider noch nicht behaupten, dass es ein Business ist. Du hast ja auch einen guten Blick hinter die Kulissen, jetzt nicht nur im Cutman-Bereich, sondern eben auch bei Kampfsportveranstaltungen. Wie ist deine Meinung? Also hält man zusammen im Sport oder gibt es immer noch, oder bei den Cutman, oder gibt es immer noch dieses, ich mache jetzt mein Ding und ist mir egal, was die anderen machen? Was wäre vielleicht optimal? Naja, ich sage immer, es ist ein Miteinander besser, es ist wie ein Gegeneinander, aber leider ist es alles andere wie ein Miteinander. Es wird halt schon oft sehr viel noch gegeneinander gearbeitet. Auch Neid ist ein großes Thema, ja. Und ich finde, es sollte einfach viel mehr Miteinander, als wir gegeneinander gearbeitet werden, weil es geht ja um eine Idee, um einen Sport, ja. Und da sollte man mehr zusammenhalten und mehr Miteinander arbeiten, Miteinander reden und nicht den anderen alles missgünstig machen. Und, ja, einfach mehr positive Energie in das Ganze und mehr Miteinander. Das wäre super. Hast du irgendeine Lösung? Muss man anders an die Leute rangehen oder was kann man da machen? Ja, ich würde einfach sagen, mehr kommunizieren. Und, wie Sie sagen, ich bin ja selber Therapeut, ja, Selbstständiger. Und ich sehe, für mich gibt es keine Konkurrenz, es gibt Mitbewerber, ja. Und in meinem Gym ist es ja auch so, dass ich Gasttrainer habe und ich bin froh, dass die kommen, ja. Also, ich schätze mich glücklich, dass sehr viele Trainer, wie Tragan Pesic, Lame Kruzic, Nebel Sebei, etc., etc., wenn ihr wen vergesst, bitte nicht beleidigt sein, dass die zu mir kommen und meinen Jungs uns beibringen. Die können ja nicht nur von mir, sondern auch von allen anderen lernen. Und je größer das Repertoire an Wissen, an Techniken ist, desto besser für den Kämpfer. Und ich muss ja für den Kämpfer denken und nicht ständig auf einen Ego-Trick oder irgendeinen scheiß Macho-Denken haben. Das wäre wichtig. Eigentlich ein perfektes Schlusswort, aber eine Frage habe ich trotzdem noch. Jacob Stitch Duran, wohl der bekannteste Cutman weltweit, ist ja inzwischen ein guter Freund von dir geworden, wie du uns des Öfteren berichtet hast. Und ja, vielleicht klär uns ein bisschen auf, wie es dazu kam. Und lass uns in die Zukunft blicken. Du hast mir gerade schon verraten, bald ist er wieder da. Und ja, gib uns einen Lichtblick. Na ja, Jacob und ich verbinden da eine ganz besondere Freundschaft. Wir schreiben uns fast täglich, kann man jetzt nicht sagen, aber sehr oft. Ja, in der Woche sicher ein paar Mal. Weil wir uns auch austauschen. Und natürlich, ich meine, mein Equipment. Natürlich, ich arbeite nur mit dem besten Equipment. UFC-Standard, das heißt Firma Title, etc., aus Amerika. Und die guten Sachen kann man eben leider nur aus Amerika bekommen. Und da ist mir der Jacob auch behilflich. Kennengelernt haben wir uns, wie du weißt, weil du unser T-Shirt trägst, auf der Handwrapping Championships 2014. Organisiert von Michael Cutman-Liverty Schmidt, der das Ganze initiiert hat und der den Jacob damit eingeladen hat. In dieser Zeit haben wir circa in einer Woche, das hört sich jetzt viel an, circa 120 Stunden verbracht. Weil wir sind erst immer, wir sind aufgestanden um 5 Uhr und sind heimgekommen meistens um zwischen 23 und 1 Uhr früh. Also wir haben fast einen 20-Stunden-Tag gehabt immer und zusammen 20 Stunden verbracht am Tag und natürlich auch sehr viel Zeit gehabt zu sprechen und auszutauschen. Und so ist die Freundschaft, hat die angefangen. Und dann ist es weitergegangen, geschrieben und so weiter. Dann habe ich ihn eingeladen nach Salzburg, den Jacob, und hat ihn sehr gefallen und sehr beeindruckt, Österreich beziehungsweise Salzburg. Und wir haben einiges einfallen lassen, damit er einen schönen Aufenthalt hat. Und es ist geplant, ich will ihn unbedingt wieder hier haben, für eine Woche zu mir, also nach Salzburg zu kommen und eine schöne Woche zu verbringen. Und er ist natürlich bei einem Event dabei, das natürlich noch nicht verraten wird, das nur ein bisschen ein Sykid ist, aber definitiv werden wir auch wieder zusammen im Cage stehen. Anfang 2017. Das hört sich gut an, dann blicken wir da jetzt schon mit Spannung drauf. Du hältst uns dann auf dem Laufenden. Und ja, ansonsten vielen, vielen Dank für diese Einblicke und nochmal so die Sicht hinter Behind the Curtain, sozusagen wie der Amerikaner sagen würde. Ja, viel Spaß dir bei Inferno 2, dort sehen wir uns. Und ja, bis dahin, pass auf dich auf, danke fürs Interview. Ich danke euch und ihr werdet natürlich sofort informiert, sobald ich nähere Informationen habe, wann Jacob kommt. Und ihr seid natürlich dann auch wieder live dabei. Und das erstes, die Message bekommt ihr. Vielen Dank. Danke Elias. Danke. 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 Danke.